Guten Morgen Ich habe es ja gestern gar nicht so schlecht getroffen. Ansonsten ist der Plan für heute nochmal zum Meer gehen in die Apotheke gehen und Ohrstöpsel besorgen tanken und ganz wichtig gutes Essen zu kaufen Anschließend gibt es die erste Aufbrotstrecke dort werde ich mein Nachtlager aufschlagen und endlich wieder ausgiebig kochen und ich werde mal das ganze Filmmaterial sichten genau das ist der Plan für heute Mal gucken was draus wird das war jetzt der Gange es hat gerade Gemüse gegeben direkt beim Erzeuger das ist der Stand mega lecker Das war's auch Dramatische �동 gestern hier Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020